Horst Becker ist ein bekannter Dressur aus Bilder und Buchautor. In diesem Lehrvideo veranschaulicht er zusammen mit seinen Schülern die Elemente der klassischen Reitkunst. Sechs Pferde unterschiedlicher Rassen und mit unterschiedlichem Ausbildungsstand zeigen zusammen mit ihren Reiterinnen und Reitern die Probleme in den einzelnen Ausbildungsphasen. Im Mittelpunkt der Ausbildung steht dabei nicht das korrekte Ausführen von Lektionen, sondern die Biomechanik des Pferdes. Für jedes Problem entwickelt Becker ein passendes Werkzeug, wie zum Beispiel die sogenannte hohe Hand. Dass diese Werkzeuge für jedes Pferd anders aussehen können, zeigen die Beispiele sehr anschaulich. In diesem praxisnahen Lehrvideo wird sich jeder Reiter wiederfinden, egal ob Anfänger oder Profi. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Horst Becker und seinen Schülern.